Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Microforge Morning Tutorial. In diesem Tutorial werden wir unseren eigenen Fuel-Handler machen. Und da kann man einfach eigene Brennstoffe für den Minecraft-Ofen machen. Also halt nicht Rezepte, sondern halt was man unten reinlegt. Ja, und damit fangen wir wirklich gleich mal an. So, wir müssen ihn registrieren, deshalb würde ich sagen, machen wir uns eine neue Methode. Zum Beispiel Register Handlers oder so, weil wir noch ein paar andere Händler mal brauchen. Aber gut, dann gehen wir mal irgendwie ganz unten hin oder so, ist ja eigentlich egal. So, Handlers, das D hier muss weg. Dann private, äh, void, register, handlers. Ja, übergeben werden muss man wieder nichts. So, was meckert da noch? Ne, das ist mir gerade nicht mehr rum. Ja, in diesem, ja, müssen wir eigentlich nur GameRegistry.RegisterFuelHandler machen. Dann müssen wir einen neuen Fuel-Handler erstellen, eine neue Klasse. New, äh, ja. TutFuelHandler oder so, ist ja egal, wie wir es nennen. Und, ja, dann erstellen wir die Klasse mal. Hallo. So, äh, die importiert dann gleich, äh, das Interface, äh, iFuelHandler. Und ich würde sagen, wir machen dafür ein neues Package. Und wenn man das nicht wiederum spenden würde, äh, zum Beispiel, Handler oder so, ist ja egal, wie wir das nennen. Gut, dann hat er auch gleich so eine Standardmethode hinzugefügt, der implementiert den iFuelHandler und hat eine Methode mit AddOverride, nämlich PublicIntGetBurnTime. Und, ja, das ist jetzt sehr, sehr einfach, was wir jetzt machen, denn wir müssen jetzt prüfen, weil hier wird ja der ItemStack übergeben, welches Item das ist. Nämlich da prüfen wir if, äh, few, few, dot, äh, getItem, getItem, und dann, äh, können wir das mit irgendwas vergleichen. Äh, zum Beispiel dot equals und dann zum Beispiel items. was auch immer. Aber wir wollen jetzt einfach unseren Testblock, ja, warte, haben wir den, haben wir den nicht schon als Furnace-Rezept hinzugefügt? Da muss ich mal ganz kurz nachschauen, das wäre irgendwie ein bisschen doof. Eben, ähm, ähm, Register Furnace at Smelting. Sehr gut, man bekommt den TutBlock raus. Oder? Boah, ich bin grad voll durcheinander. Äh, ne, bekommt man doch natürlich nicht raus, wenn man tut den TutBlock rein, das ist ein bisschen doof. Weil für Blöcke müsst ihr das Item, Punkt, getItemFromBlock, und dann könnt ihr einfach den, äh, Block angeben. Aber wir nehmen jetzt einfach mal unser Item her, dazu schreiben wir TutMain.TestItem. Dann halt TutItem. Gut. Und wenn wir das haben, dann meckert der hier, ne, meckert grad sogar nicht rum. Denn hier returnen wir jetzt die BurnTime. Die BurnTime bedeutet, wie lange das Item, äh, brennt. Und das zwar in Ticks. Normalerweise, also wenn das hier nicht so ist, also if, wenn das jetzt das TutItem ist, dann returnen wir ein anderer BurnTime, als wenn das nicht ist. Weil wenn das nicht ist, dann, äh, wird 0 returned und 0 bedeutet, dass es, ja, kein Brennstoff ist. Weil wenn man jetzt hier Return 1 reinschauen würde, dann würde ich alles, was man reinlegen würde, einen Tick brennen. Und das macht keinen Sinn, finde ich. Beziehungsweise, das ist auch nicht so gedacht. Und dann könnte man einfach alles reinlegen und das brennt halt, ne, 20 Sekunde. Gut. Wenn, äh, ein normaler Brennvorgang dauert 10 Sekunden. 10 Sekunden sind 200 Ticks. Ja. Und wenn wir jetzt eine Kohle zum Beispiel machen wollen, dann brauchen wir 1600, müssen wir returnen. 1600 Ticks sind, äh, genau 8 Brennvorgänge. Wir können aber auch was anderes returnen. Deshalb werden wir jetzt einfach mal, damit wir es gut sehen, einfach 200 returnen, das ist dann genau ein Brennvorgang. Und da können wir jetzt einfach hier noch wieder machen, dann kopieren wir uns diese mit, diese, äh, Abfrage einfach. Bisschen wir jetzt verarschen, Maus. Boah, dann nehme ich halt das Touchpad her. Boah. Jetzt habe ich das F nicht mit kopiert. Und dann können wir das hier einfach für alles andere nochmal, dann würde ich sagen, fügen wir einfach mal unser TootFood noch hinzu. TootFood. Und das hat eine Brenndauer von 400, also genau, von zwei Brennvorgängen. Gut, ähm, das war's dann auch schon. Wir können jetzt hier alles hinzufügen, egal was. Auf jeden Fall wichtig ist, wenn ihr eigene Sachen hinzufügt, dass das, äh, dieser, dieser Fuel-Händler nach den Items registriert wird. Also, ja, am besten ziemlich weit unten. Könnt ihr auch einen Post-In-Detail sogar machen. Deshalb, da müsst ihr aufpassen, sonst gibt's wieder das, dass man das nicht hernehmen kann. Gut, wir starten mal Microsoft und schauen uns das an. So, ich hab mir mal die ganzen Sachen geholt und ich würde sagen, wir stellen mal hier zwei Öfen auf. Zum einen, wir können das auch hier gleich reinschiften, das wird gleich reingeschifftet, weil das, äh, schon, ja, registriert wird. So, wenn wir das jetzt hier rein tun und, äh, hier auf Fleisch reinlegen, sehen wir, dass das, äh, ich glaub, genau einen Brennvorgang hatten wir für das gemacht, ja. Müsste auf jeden Fall sein. Ähm, ja, genau zehn Sekunden, genau einen Brennvorgang. Wenn wir jetzt aber unser Tutorial Food hernehmen, dann brennt das genau doppelt so lange. Nämlich, äh, zwei Brennvorgänge, also 20 Sekunden. Ja, wir sehen jetzt, wenn das fertig ist, haben wir hier ungefähr die Hälfte. Also, ja, natürlich könnt ihr jetzt auch übelst OP-Sachen machen, einfach so, weiß ich nicht. Warte, 1600, ist ja, äh, 8, also 1600 mal 8, 16 mal 8, ach, ähm, kann ich natürlich nicht rechnen. Naja, doch, 128, äh, 18, weiß ich grad nicht. Ne, ist ja auch egal, äh, Tutum, naja, auf jeden Fall können wir da auf jeden Fall übelst OP-Sachen machen, wie zum Beispiel Kohleböcke, die können ja in den ganzen Stacks schmelzen kommen. Jetzt haben wir nicht so geizig, holen wir hier den Rechner raus. Ich weiß gar nicht, ob ihr das grad seht. Dann würde ich es wahrscheinlich ausblendern, weil da ein paar Sachen drin, die ihr nicht sehen müsstest. Dann 1600 mal, äh, äh, 8, ja, 12.800. Ja, ich hab eine 0 zu viel drangehängt, bzw. ich hab Blödsinn gearbeitet. Also, wir können ja übelst OP-Sachen mitmachen. Und ja, ich würd sagen, wir sehen uns dann, jo, boah, es leckt. Ja gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder, bis dahin und joa, ciao!